So Leute, ihr seht es schon, das ist auf jeden Fall ein wilder Haufen hier von vielen interessanten Sachen. Es geht natürlich in diesem Video um den ZEG Fishing Wels Adventskalender 2022, so heißt es richtig. Das war auf jeden Fall ein spannender Kalender, der war ziemlich interessant. Natürlich für jemanden, der sich überhaupt auf der Weltsebene überhaupt nicht auskennt, gab es auf jeden Fall viele Sachen zu entdecken, sagen wir es mal so. Aber im Endeffekt kann ich natürlich jetzt hier nicht so viel sagen über das, was wir jetzt hier drin hatten, inwieweit wir das jetzt alles natürlich brauchen, wobei das natürlich alles auch sicherlich Sinn ergibt, was wir jetzt hier drin hatten. Ja, preistechnisch hat der Kalender gekostet 99,95 Euro. Wir liegen hier bei einem Gesamtwarenwert von 175,80 Euro. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Bezahlt haben wir pro Türchen durchschnittlich 4,16 Euro. Und bekommen haben wir durchschnittlich pro Türchen 7,32 Euro. Ja, da waren natürlich Sachen mit bei, wo man sich so fragt, was kostet sowas, wofür braucht man das? Ich nenne hier einfach mal zum Beispiel den grünen Schlauch, einmal als Rig Tube und einmal als Hook Tube. Also der wird ja glaube ich über die Haken rüber gemacht und der hier über Knoten und sowas. Aber ich bin mir tatsächlich nicht so richtig sicher. Wir haben sicherlich auch Sachen mit bei, die man schon kennt, ob es jetzt Vorfachmaterial ist oder Schnur. Schnur habe ich gelesen, haben sich einige drüber gefreut. Das ist natürlich auch ein immenser Kostenpunkt, auch gerade natürlich im Weltsbereich von den Schnurstärken her. Wir haben ein bisschen was zum Spinnangeln dabei gehabt, zwei Köder an sich. Da ist mir natürlich aufgefallen, bei dem einen ist hier hinten der nicht verlötet. Sagt man das so? Das ist jetzt richtig so? Verschweißt ist es glaube ich nicht, ist eher gelötet. Warum das ist, das weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch noch keinen von Sack jetzt groß kontaktiert dazu. Ist vielleicht auch, ja, ein Materialfehler, kommt wahrscheinlich auch hin und wieder mal vor. Das waren jetzt hier die beiden Spinnköder, sagen wir es mal so. Ist eher etwas Vertikalangeln. Also der heißt auf jeden Fall hier Vertical und den kann man glaube ich, ist eher wie so eine Art, ja, sagt man das, Spin-Jig? Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier heißt als Köderform. Jedenfalls zum Durchleiern, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir einige diverse U-Posen mit dabei gehabt. U-Posen scheint der Weltangler jedenfalls immer zu gebrauchen. Also in verschiedenen Größen, in verschiedenen Varianten hier als mit einem Propeller dran. Fand ich sehr interessant. Dann klitzekleine. Wir hatten weiße hier gehabt. Ich weiß gar nicht, was das denn hier... Achso, das war hier von der U-Pose auch gewesen. Also die scheint man auf jeden Fall zu brauchen. Ziemlich cool fand ich das Glöckchen hier. Also das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall mal zum Ansitzangeln auf Alu oder sowas nehmen kann. Das fand ich auch ziemlich cool hier. Das Outrigger-System. Wie ich das genau anwende, weiß ich nicht. Aber vielleicht buche ich mir irgendwann mal bei Mr. Waller ein schönes Guiding in Italien. Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Kalender. Ich weiß auch nicht, wie der im letzten Jahr war. Habe ich mir auch tatsächlich kein Video zu angeschaut. Das fand ich natürlich auch sehr cool. Kann natürlich jeder gebrauchen. Und hier eine schöne Braid Scissor, also eine Vorfachschere oder Schnurschere, sagen wir es mal so. Sicherlich eher weniger für metallische Schnüre geeignet, als man die hier... Man nimmt die natürlich eher für Materialien wie Fluocarbon oder halt auch normale, geflochtene oder monophile Schnüre in dem Fall. Ja, interessanter Kalender. Ich weiß gar nicht, was ich so viel dazu sagen soll. Also das wisst ihr als wahrscheinlich Weltsexperten sicherlich besser, wisst ihr sicherlich besser einzuordnen. So wäre es eigentlich richtig. Hier haben wir auch noch ein großes Blei mit drin gehabt. Sponge Lead. Ja, also interessanter Kalender auf jeden Fall. Ich würde das Video jetzt auch nicht hier so richtig in die Länge ziehen. Soll ja im Endeffekt dazu dienen, für die Leute auch im nächsten Jahr hier, die vielleicht sich überlegen, falls so ein Kalender wieder auf den Markt kommt, hier als Entscheidungshilfe das hier mal mit ranzuziehen, dass man mal sieht, was kann da alles drin sein, passt das für mich und für meine Angelei. Und von daher, ja, fand ich den ziemlich cool, tatsächlich sehr interessante Sachen drin. Und natürlich auch eine Stärken hier, wenn ich hier schon 100 Kilo, also 90 Kilo Tragkraft lese, das ist natürlich echt wild für so einen normalen kleinen Barschspinnangler wie mich hier. Ein Barschspinner, sagen wir es mal so. Oder auch hier diese Karabiner hier oder Snaps, das ist schon echt ein bisschen wild. 105 Kilo, das ist schon auf jeden Fall ganz ordentlich, ganz genau. Zum Bergstein kann man hier auf jeden Fall einige Sachen sicherlich auch mal mitnehmen. Schon ganz cool. Ja, was mir tatsächlich fehlt, sind einfach Haken, ne. Ich weiß nicht, braucht man das nicht als Welsangler? Man hat es auch auf dem Kalender gesehen. Ich hole es mal kurz. Hoppala. Mach mal den hier kurz zu. Also sowas hier zum Beispiel, ne. Diese fetten Drillinge, warum sind die hier nicht mit drin? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich weiß, dass jemand, warum man die hier nicht mit reingepackt hat. Wir haben ja ziemlich, so ziemlich alles andere, um so eine Grundmontage hier auch zu bauen, wo man dann ja diese ganzen Wohnbündel nachher ranmacht. Aber das fehlt tatsächlich. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht kann es ja jemand erklären. Ansonsten würde ich mal sagen, könnt ihr mir gerne auch nochmal eure Ideen und Gedanken nochmal, wenn ihr möchtet, in die Kommentare schreiben. Das war auf jeden Fall ein wilder Kalender. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns später. Und dann macht's mal gut. Bis dann. Euer Dermi. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.